Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part des Obsidian Crashkurses, Zettelkasten für Beginner. Wie immer, wo stehen wir gerade, was hast du bisher gelernt und was steht heute auf dem Plan? Also die ersten drei Parts war der Anfängerblock. Hier haben wir darüber geredet, was ist Obsidian überhaupt, wie installieren wir da so eine kleine Einführung. Wir haben über die Basic-Funktion gesprochen, über den Graphen und so weiter, über Links und über Markdown-Befehle. Wir haben im dritten Part dann über den Zettelkasten gesprochen. Also wir haben überlegt, oder du hast gelernt, wie kannst du das Ganze, diese Philosophie, seine Notizen zu führen von Niklas Luhmann, diesen Zettelkasten-Ansatz, wie kannst du das jetzt in Obsidian umsetzen? Wir haben über die Guidelines gesprochen, über verschiedene Notiztypen und ja, wir haben auch noch gezeigt, dass in Obsidian noch viel mehr möglich ist. Also Obsidian ist nicht nur das Zettelkasten-Tool, du kannst das wirklich zu deinem zweiten Gehirn machen. Also, Anfänger-Part, weil du jetzt wirklich alles hast, was du eigentlich brauchst. Und in den folgenden drei Teilen geht es jetzt um fortgeschrittenen Stuff. Also, es geht eigentlich nur noch darum, wie können wir jetzt unseren Workflow verbessern, wie können wir noch produktiver werden, effektiver und wie können wir das Ganze irgendwie noch angenehmer gestalten hier in Obsidian. Heute möchte ich mit dir über Templates, Tags und Metadata sprechen. Aber der erste Punkt heute auf der Agenda ist nochmal über die Möglichkeiten der Organisation zu quatschen. Also, ja, zuallererst möchte ich jetzt nochmal mit dir darüber reden, was sind überhaupt die drei Möglichkeiten und was macht sie aus? Und direkt danach gehe ich darauf ein, wie ich die jeweils diese Möglichkeiten in meinem Zettelkasten integriere und warum ich sie genau so benutze. Also, es macht Sinn, konsistent zu bleiben und nicht mal Tags für den einen Zweck zu benutzen und im anderen Fall mal Links und das Ganze hin und her zu wursteln. Also, es macht schon Sinn, sich zu überlegen, okay, ich habe diese drei Möglichkeiten, wofür möchte ich die benutzen? Und das ist wichtig, darüber mal nachzudenken. Dann lasst uns direkt mal auf ein paar Slides springen. Ich habe jetzt so eine gewisse Anzahl von Notizen und ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Es ist komplex geworden und ich würde das Ganze gerne organisieren. Also, das heißt, ich würde einmal das gerne sortieren und strukturieren, aber zum anderen würde ich auch gerne die Zusammenhänge zwischen diesen Notizen abbilden können und so Cluster finden. Gehören die Notizen, gehören bestimmte Notizen irgendwie zusammen? Beziehen sie sich aufeinander? Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, sowas in Obsidian abzubilden. Zum einen haben wir Ordner und da habe ich auch schon im ersten Part drüber geredet, aber ich fliege da jetzt nur nochmal schnell rüber, also keine Sorge. Das große Problem bei Ordnern ist, dass wir uns bei jeder Notiz entscheiden müssten, in welchen Ordner packe ich das Ganze jetzt? Also, packe ich das in den roten Ordner oder in den lilanen Ordner? Aber ich kann die Notiz nicht gleichzeitig in beide Ordner packen oder ich müsste sie kopieren und zweimal in meinem Vault haben, aber das möchte ich auch vermeiden. Genau, außerdem sind Ordner relativ schnell unübersichtlich, also bei dieser Anzahl geht es noch, aber wenn ich ganz viele Ordner habe, die ineinander verschachtelt sind oder die ganz viele Subordner haben, dann wird das auch relativ schnell unübersichtlich. Aber Ordner haben auch eine Daseinsberechtigung, ich benutze auch Ordner und gehe ich gleich im Nachhinein darauf ein, wie ich Ordner benutze und wie ich dir empfehlen würde, Ordner zu benutzen. So, die zweite Möglichkeit der Organisation sind Tags und ich habe da im Zettelkasten-Video schon mal drüber geredet, Tags stelle ich mir immer so vor wie Sticker. Das heißt, ich kann auf Notizen irgendwelche Sticker packen und sagen, hey, diese Notiz hat mit Biologie zu tun und packe einen Biologie-Sticker da drauf oder ich kann auch zusätzlich noch einen Mathe-Sticker drauf packen und kann so, ja, so kann ich auch Cluster abbilden. Und das ist ziemlich cool, dass man im Obsidian sowas machen kann und Tags sind richtig mächtig. Und ein großer Vorteil von Tags ist, dass wir uns jetzt nicht mehr entscheiden müssen. Also du kannst zum einen einen Biologie-Sticker drauf knallen, du kannst einen Mathe-Sticker drauf packen und du kannst auch noch 25 andere weitere Sticker da drauf packen. Aber man muss auch dazu sagen, dass Tags nicht wirklich vollwertige Links sind, auch wenn sie in dem Obsidian-Graf auch irgendwie als Links angezeigt werden. Tags sind sogenannte Soft-Links und genau, das habe ich versucht hier darzustellen, dass sie halt einfach so eine Cluster-Wolke darstellen. Also sie haben nicht so eine vollwertige Verbindung wie zwei Notizen, die miteinander verlinkt sind. Nichtsdestotrotz sind Tags mega hilfreich und es ist mega nice, dass wir Tags in Obsidian benutzen können, dass wir sie haben. Und genau, ich gehe gleich darauf ein, wie ich Tags benutze und so, kleiner Spoiler, so benutze ich sie nicht. Also ich würde nicht sagen, Hashtag Bio, Hashtag Mathe. Genau, kommen wir zur dritten Möglichkeit, Sachen zu organisieren und zwar mit Links. Wir können eine Notiz erstellen, die einfach nur dazu da ist, die ganzen Notizen zu sammeln. Das heißt, wir haben eine Notiz, das ist ein weiteres Thema, was ich vielleicht auch mit einem Tag hätte regeln können. Das heißt, ich hätte auch sagen können, Hashtag Systemtheorie. Aber ich habe mich entschieden, ich möchte eine einzelne Notiz haben, die heißt Systemtheorie. Und alle Notizen, die damit zu tun haben, verlinke ich an diese Notiz Systemtheorie. Und damit habe ich wirklich einen vollwertigen Link hergestellt. Und der Vorteil, wenn wir das so machen, und das nimmt jetzt schon mal ein bisschen voraus, wie ich diese Links benutze. Der Vorteil, wenn wir das Ganze so machen, ist, dass wir, vielleicht erinnerst du dich, im dritten Part haben wir über Map of Contents geredet. Und ich springe mal kurz in meinen Vault und zeige dir mal eine Map of Content von mir. Hier haben wir zum Beispiel meine Creativity Map of Content. Und hier sind einfach alle meine Notizen, die mit Creativity zu tun haben. Und wenn wir uns hier den lokalen Graph anschauen, sehe ich jetzt hier drin alle Notizen, die mit dieser Notiz verbunden sind. Und ich habe halt quasi, statt zu sagen, dass es an alle Notizen ein Hashtag Creativity drauf zu machen, habe ich gesagt, hey, ich erstelle eine Notiz, die heißt Creativity, und ich verlinke alle Notizen, die damit zu tun haben. Und dann sind sie schon hier. Dann kann ich sie hier rechts in meiner Sidebar sehen. Ich sehe überall, wo Creativity benutzt wurde. Und ich kann direkt auf dieser Map of Content, auf diesem Thema, was ich eigentlich getaggt habe, arbeiten. Ja, und habe direkt alles hier. Das ist schon mal so eine kleine Preview, wie ich Links benutze. Aber lasst uns mal oben anfangen. Also, Ordner. Ich habe gerade gesagt, Ordner haben trotzdem eine Daseinsberechtigung. Deswegen, ja, ich muss sagen, du musst keine Ordner benutzen. Also, es gibt keinen Grund, ich sehe zumindest keinen Grund, wirklich Ordner zu benutzen. Ich benutze trotzdem welche, um so Sachen zu bündeln einfach. Also, zum Beispiel habe ich hier einen Ordner, der heißt Private, und da sind alle meine Private Notes drin. Und ich hätte gerne einfach, weil ich das ganze Ding auch veröffentliche, dass ich so mit einem Klick meine privaten Notizen rausnehmen kann. Das ist einfach einfacher, wenn ich die ganzen Sachen in einem Ordner habe, zum Beispiel. Oder ich habe alle meine Mediasachen in einem Ordner gebündelt. Einfach nur, weil ich nicht möchte, dass die hier rumfliegen. Also, durch bestimmte Suchanfragen könnte ich auch so einfach alle Mediasachen rausfiltern. Aber das macht es irgendwie leichter, wenn sie nicht da drin rumfliegen. Außerdem sind es extrem viele, so kleine Screenshots und so. Und ich möchte nicht, dass die hier diese Scrollbar zumüllen. So benutze ich Ordner. Also, das heißt, wenn ich irgendwie Sachen bündeln will, die ich irgendwie ausschließen will, oder wenn du Projekte führst und du hast irgendwie einen Projektordner und den möchtest du danach löschen, dann macht es vielleicht Sinn, alle Projektdateien in einem Ordner zu löschen und danach löscht du den Ordner und hast die halt so schon gebündelt und musst sie dann nicht irgendwie wieder zusammensuchen. Genau, das zu ordnen. Also, man muss sie nicht benutzen. Sie haben nicht wirklich einen Zweck, aber ist gut to have und wir haben einfach eine Möglichkeit der Organisation mehr. Tags und Links. Das Ganze möchte ich in dem zweites Gehirn-Vault, den wir zusammen aufgebaut haben in den letzten beiden Teilen, nochmal genauer mit dir besprechen. Lass uns mal rüber springen. Ich bin jetzt hier in der Notiz, die drei wichtigsten Fragen des Lebens. Und wir haben hier schon Tag benutzt. Also, wir haben hier gesagt, hey, das ist Hashtag permanent. Und damit haben wir, das hier ist ein Typ der Notiz. Also, wir haben ja über die verschiedenen Typen gesprochen. Und das heißt, Tags benutze ich zum Darstellen des Typen der Notiz. Also, ich sage, hey, das ist eine Permanent-Notiz und das andere ist eine Literatur-Notiz. Hier haben wir zum Beispiel Hashtag Literatur. Und wir haben hier noch einen weiteren Hashtag. Und zwar Done. Das heißt, ich benutze Tags für zwei Sachen. Ich benutze sie zum Darstellen des Typs, Literatur. Und ich benutze sie für den Status. Done. Genau. Also, ich benutze Tags für Typ und Status. So, in dem Beispiel gerade eben haben wir ja gesehen, man könnte dann so Assoziationen oder Themen über Ordner oder über Themen, wenn du sie versuchen willst, thematisch miteinander zu verbinden, könnten wir auch Hashtags benutzen. Also, das heißt, ich springe mal hier wieder zurück zu den drei wichtigsten Fragen des Lebens. Und hier könnte ich dann zum Beispiel noch weitere Sachen taggen. Also, sage ich zum Beispiel, ah, Philosophie, was halt irgendwie was mit Philosophie zu tun hat. So, ah, was sind die drei wichtigsten Fragen des Lebens? Oder, keine Ahnung, ich gebe denen den Tag Sinn des Lebens. Genau. Ja, das reicht erst mal. Und genau, jetzt habe ich hier zwei Tags. Und wenn ich jetzt alle meine Philosophie-Notizen suchen möchte, die irgendwie mit Philosophie zusammenhängen, dann könnte ich sie einfach über diesen Tag suchen und kriege hier eine Auflistung von all meinen Philosophie-Tags. Also, das heißt, man könnte auch Tags benutzen, um thematisch Dinge miteinander zu verbinden. Also, lass uns mal spaßeshalber noch mal auf die Notiz gehen. Oh, das zeige ich dir erst in einem späteren Video. Lass uns mal spaßeshalber in die Notiz gehen. Hell yeah or no. Und wir geben dem Ganzen auch mal dem Tag Philosophie. Und du siehst ja auch, hier wird wieder automatisch vorgeschlagen. Und hier funktioniert auch diese Fuzzy Search. Also, wenn ich jetzt hier ein I eingebe. Naja, nichtsdestotrotz. Wir packen hier auch mal kurz ein Philosophie-Tag drauf und gucken uns das Ganze mal im Graphen an. Ähm, ich mach das hier mal zu. Und hier, wo, ach so, die Tags sind nicht angezeigt, aber Tags werden in einer, ach so, Tags heißen auf Deutsch Kategorien. Und Tags werden in anderen Farben angezeigt. Und das ist eigentlich schon mal ganz cool. Und hier sehe ich jetzt, welche beiden Notizen mit Philosophie verbunden sind. Könnte man machen, kannst du durchaus machen. Ein großer Nachteil dabei, wenn du das Ganze so machst, ist, dass du Synonyme nicht abfangen kannst. Also, das heißt, ähm, sagen wir mal, ich hätte mich hier verschrieben oder wäre gerade im Englisch-Modus gewesen und hätte hier Philosophie geschrieben. Und wenn ich dann in den Graphen gehe, dann hätte ich eine Notiz mit Philosophie und eine mit Philosophie. Und, ach, aber das deckt nicht beides ab. Und ich kann die, ich kann nicht sagen, dass die beiden Tags eigentlich eins sind. und ich mich vielleicht, ähm, nur verschrieben habe. Oder dass, ähm, keine Ahnung, Synonyme füreinander sind. Ähm, das dazu. Und wenn du jetzt immer wieder überlegst, ah, was sind das, was, 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 was erinnert mich daran? Was sind das für Assoziationen? Was möchte ich da für Sticker raufpacken? Dann können da richtig viele Sticker entstehen und, oder richtig viele Tags entstehen. Und du müllst dich so ein bisschen zu. Und um das zu vermeiden, ähm, benutze ich diese Tags nicht als, ähm, als, als, ähm, als inhaltliche Organisationseinheit, also nicht für diese inhaltlichen Assoziationen, ähm, sondern halt nur als Status, ähm, wie zum Beispiel hier das dann oder als Typ, wie zum Beispiel hier der Quote oder die, das ist eine Personennode ähm, oder das ist eine Literaturnode. Lass mich dir mal in meinem Vault kurz zeigen, wie ich die wirklich benutze. Also, ähm, hier in der linken Seite habe ich so ein, oh, das müssen wir mal schließen, ähm, hier habe ich so ein Tag-Pane. Das ist eine Übersicht von all meinen Tags, die ich in meinem Vault benutzt habe. Und, ja, du kannst auch Icons und Emojis benutzen und ich zeige dir in dem nächsten Video auch, wie du das mit einem Plugin einfach realisieren kannst. Also hier haben wir zum Beispiel, ähm, ähm, das Tag, ähm, eine Videokamera und das sind für mich YouTube-Videos. Und die haben einen verschiedenen, ne, das ist der Typ der Notiz. Und ich habe verschiedene Start-Tools, ist das der Plural? Ähm, naja, ähm, ein YouTube-Video kann geuploadet sein, es kann eine Idee sein, collected, es ist outlined oder es ist recorded. Also es sind die verschiedenen, ähm, ja, Status, die, ähm, die so ein YouTube-Video über, ähm, durchläuft. Naja, ähm, das dazu. Aber wenn ich jetzt jede Assoziation, ne, wie wir das hier gerade in dem anderen Vault gesehen haben, wenn ich jetzt hier, ähm, sowohl Philosophie als auch, ähm, keine Ahnung, alle, alle möglichen Konzepte und Ideen, wo ich denke, ach, da möchte ich das Ganze, ähm, da möchte ich diese Sticker benutzen, dann hätte ich einfach in kürzester Zeit, ähm, mehrere hundert oder tausende, ähm, Sticker. Und das habe ich zum Beispiel mal mit DreamScience gemacht. Also, ja, ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mein Traumtagebuch hier auch in Obsidian führe. Und die Träume tagge ich auch mit Sachen, die darin vorkommen, um so meine Muster zu erkennen. Und hier habe ich zum Beispiel, ähm, ja, ein Tag für Places. Und ich sage jedes Mal, oh, ich war auf einer Party, dann packe ich da den Partysticker rauf. Oh, da kam Bett, äh, oder ich lag im Bett, ähm, dann packe ich den Bettsticker rauf. Und so weiter. Und wie du hier schon siehst, ich habe auf einmal 362 verschiedene Tags. Nur mit den paar Träumen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das machen mit, ähm, mit allen Assoziationen, die ich so zu meinen Notizen habe, oder mit diesen übergeordneten Themen, ähm, das wäre schnell geklattert. Und um zu sagen, hey, ich finde Tags cool, Tags sind mächtig, ähm, benutze ich sie nur als Status und zum Indicaten des, ähm, Typs dieser Notiz. Und sie haben noch einen anderen, weiteren Vorteil, wenn du diese Tags so benutzt. Also, ich gehe jetzt mal hier kurz, ähm, nochmal in meine Graph-View. Ich nehme mal den Filter raus von Private. Ich weiß nicht, macht keinen Unterschied. Ähm, vielleicht sollte ich ihn lieber drin lassen. Naja, also, ähm, wir gehen hier mal kurz rein auf einen Tag. Und hier sehe ich zum Beispiel, ah, das ist eine Knowledge-Notiz. Ja, also das ist der Typ von meiner Notiz. Und dahinter ist da Status. Also, sie verläuft so bestimmte Evolutionsstufen, je nachdem, wie reif diese Notiz ist, wie, wie, äh, ausgereift sie ist. Da mache ich auch nochmal ein Einzelvideo zu, wie, wie ich diesen Reifeprozess festgelegt habe bei mir oder diesen Evolutionsprozess. Aber das gibt mir jetzt nochmal so einen anderen Querschnitt durch meine Notizen. Also, ne, ich habe hier Map of Contents zum Beispiel, ähm, und der sagt mir Creativity. Das heißt, alles thematisch geordnet zu Creativity. Oder ich habe meine Tags, ähm, ähm, und das sind dann alle in einem bestimmten Status. Und das sind dann zum Beispiel, ähm, sehen wir mal hier, ähm, das sind dann einfach Notizen aus komplett unterschiedlichen Bereichen, die aber über diesen Tag dann, ja, in einer anderen Art und Weise nochmal miteinander verbunden sind. Und so finde ich vielleicht nochmal andere Konstellationen von Notizen. Lass uns mal zurückspringen in den anderen, in den anderen Wall, zurück in die drei Fragen des Lebens. Also, das, was wir hier gemacht haben, würde ich nicht machen. Ähm, Tags. Lass uns mal auch dieses Tag Pain jetzt bei dir anstellen. Also, wir gehen hier in die Einstellung und gehen in Obsidian Erweiterung. Das sind Plugins, wie das hier auch so schön in der, ähm, in den Placeholder steht. Ähm, es ist so halb übersetzt, Plugin List. Naja, egal. Also, wir haben hier Erweiterung. Und es gibt sowohl Community Erweiterung, also, ne, Erweiterung, die von der, von irgendwelchen Leuten aus der Community geschaffen, und Erweiterung, die von den Obsidian Entwicklern selber sind. Und, ähm, diese, dieser Tag Pain ist eins von den Entwicklern. Das heißt, wir gehen hier auf die Obsidian Erweiterung, ähm, gehen auf den Tag Bereich und toggeln das Ganze an. Und jetzt, äh, hast du es hier unten links nicht, aber wenn du mal in die rechte Zeitbar guckst, hast du hier oben jetzt den Tag Bereich. Und das Ganze ziehen wir hier in die linke Taskbar, und damit du es da hast, wo ich es habe. Und ich, ich finde es cool. Also, du kannst es natürlich dahin packen, wo du möchtest, aber, ähm, die rechte Seite ist bei mir immer für links und den Local Graph, und links habe ich, ähm, dann die links. Ne, das sind ja gar keine links. Links habe ich dann die Tags. Ähm, naja, okay. Also, hier siehst du dann schon. Permanent, dann, ähm, Quote, Philosophy, bla, bla. Ähm, du hast es vielleicht gerade bei mir schon gesehen. Ich kann die ganzen Dinge ausklappen. Das heißt, es gibt in Obsidian sowas. Das heißt, nested Tags. Dazu springe ich am besten mal in die Literaturnotiz. Ne, hier haben wir ja Typ der Notiz und Status. Und das heißt, wir können das Ganze jetzt, ähm, auch sagen, Literaturnotiz ist der Typ, und da drunter gibt's genestet, also eingerückt, ähm, mehrere Möglichkeiten. Und zwar gibt's dann. Und vielleicht haben wir noch eine andere Notiz. Ich kopiere das mal hier eben kurz raus. Mach eine neue Notiz. Und das ist, wie haben wir die Buchnotizen benannt? Ah, wir sagen so. Und das wäre zum Beispiel, oh, mir fällt gerade nichts ein. Das ist wirklich spontan. Ähm, Rich Dad, Poor Dad. Naja, egal. Ähm, und das, das wären dann nicht dann, sondern es ist vielleicht noch To-Do. Oder wie auch immer du diese Status, ich muss auf jeden Fall mal nachgucken, wie der richtige Plural davon ist. Ähm, naja. Ja, auf jeden Fall, ähm, kannst du dir jetzt einen verschiedenen, äh, einen anderen Status geben. Und jetzt siehst du hier links, ah, du hast deine Literaturnotizen, und du kannst es ausklappen. Du hast zwei verschiedene States, die diese Literaturnotiz einnehmen kann. Es kann entweder, ne, fertig sein, oder nur nicht fertig. Und du siehst dann hier hinter auch, ähm, wie viele Notizen sich in diesem Status befinden. Und das ist ziemlich cool, Notizen so als Status zu benutzen. Und dann kannst du sagen, ah, zeig mir alle Notizen, die done sind, oder alle Notizen, die, oder alle Literaturnotizen, an denen ich noch arbeiten muss. Und dann hast du hier deine Liste, ja, an denen du daddeln kannst. Okay. Also, rein so benutze ich eigentlich Tags. Ähm, wie können wir jetzt diese ganzen anderen Sachen abbilden? Also, wie können wir jetzt, na, wir haben ja vorhin Philosophie hingeschrieben. Wie würde ich das jetzt abbilden? Und da habe ich vorhin ja schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich würde hier einfach, ähm, hier unten haben wir ja schon eine Notiz, äh, oder eine Überschrift, die heißt Relevant. Und hier haben wir ja einfach eine relevante Sache reingehauen. Ähm, und wir könnten zum Beispiel hier auch noch ein weiteres Untergebiet machen. Und das Ganze nennen wir dann, ähm, Tags. Und jetzt, das ist jetzt halt ein bisschen verwirrend, weil ich nenne die Dinger Tags, weil ich sie wie Tags benutze. Okay. Ähm, Credits to, to Brian Jenks auf jeden Fall. Ähm, aber es sind halt eigentlich Links. Aber damit, da, da kriegst du auf jeden Fall ganz schnell, ähm, den Dreh raus, wenn, wenn, wenn du das Ganze für dich selber auch hast. Und dann ist auch klar, was Tags für dich sind und was Links für dich sind. Aber hier unten würde ich jetzt provisorisch einfach eine Notiz erstellen. Die nenne ich, ähm, ups, Philosophie. Ähm, oh Mann, ich kann heute nicht mehr schreiben. Naja. Und die Notiz erstelle ich auch gar nicht. Also wenn man das Ganze jetzt rendert, sehe ich, dass das Ganze ausgegraut ist, ne? Und Philosophie wurde nur nicht erstellt. Aber das Ganze ist auch in Ordnung. Weil ich möchte diese Notiz auch noch gar nicht erstellen. Aber ich weiß, dass ich in Zukunft vielleicht darüber schreiben werde. Und, ähm, dass ich schon mal diese, diese Notiz, auch wenn sie noch nicht wirklich erstellt ist, dass es sie schon mal gibt. Und ich sie in anderen Stellen wieder erwähnen kann. Und ich kann hier zum Beispiel auch noch weitere Notizen erstellen, ne? Und was haben wir vorhin noch gesagt? Der Sinn des Lebens oder so. Ähm. Und wenn wir jetzt mal hier auf den Graphen springen, ähm, dann sehen wir auch hier, ähm, an der Hell Yeah or No, dass wir hier eine ausgegraute Notiz Philosophie und Sinn des Lebens haben. Und wenn ich jetzt, äh, das Ganze ausblenden will, wenn ich sage, hey, ähm, zeig mir nicht, nicht diese ganzen ausgegrauten Notizen, aber dass so viele sind und ich gerade gar nichts damit anfangen kann, dann kann ich hier in dem Filter ausstellen und sagen, hey, zeig mir nur existierende Dateien an. Und dann gehen alle Seiten, die nicht wirklich erstellt sind, die einfach nur provisorisch da waren quasi, als Placeholder schon mal, ähm, werden dann ausgeblendet. Und ich möchte dir, mir ist gerade eingefallen, ich möchte dir noch zeigen, ähm, wie diese Notizen, ähm, oder wie, wie das aussieht, wenn man Tags zu viel benutzt. Also, ich habe ja, habe ja gesagt, ich benutze für mein Traumtagebuch, dann, ähm, für mein Traumtagebuch benutze ich ja Tags für, ja, wofür ich sonst eigentlich Links benutzen würde. Und, ähm, also um, um diese Verbindung abzubilden. Und hier, äh, siehst du, alle orangenen Dateien in diesem Feld sind Tags für meine, ähm, sind Tags für meine Träume. Das heißt, wenn ich die Tags mal hier ausschalten würde, dann verschwinden die alle. Und es ist, äh, es ist, es ist so viel schwieriger. Also, ich könnte mal zum Beispiel rüber. Und das sind dann, hier sehe ich dann, okay, das ist ein Tag, ähm, genestet in Places. Ah, hier siehst du auch, du kannst den Nest noch weiter reinrücken. Also, du kannst immer weiter runtergehen und das noch weiter miteinander verschachteln. Sorry. Ähm, und hier siehst du, dass zwei Träume, dass ich in zwei Träumen, äh, hier, ich habe meine Schuhe verloren in dem Traum und, ähm, in dem Traum Fabrikplanungsaufgabe bei Blutin. Shoutouts, falls du dir dieses Video anschaust, genau, miteinander verbunden sind. Aber, genau, und das überfüllt es einfach. Und stell dir mal vor, mein ganzer Graph würde so aussehen. Und dann habe ich lieber, ne, jetzt habe ich hier, ne, lieber unexisting Files. Und da sehe ich dann auch, ne, wenn wir das mal toggeln, ähm, rein und raus, ähm, sehe ich, wenn ich, hier ist zum Beispiel eine große, nicht, nicht erstellte Notiz. Und das ist ein schönes Beispiel. Ähm, was auch noch der weitere Vorteil ist, gegenüber von diesen, gegenüber von den Hashtags. Also, das heißt, ich habe jetzt eine Notiz und sie wird umso größer, umso mehr Notizen da dran verlinkt sind. Ich kann noch mal weiter ran zoomen. also das heißt, ne, hier ist ein Knowledge Worker zum Beispiel, die ist relativ klein und dann gibt es hier eins, ähm, Learning, die ist relativ groß. Knowledge, ja, ist auch schon ein bisschen größer und hier sehe ich dann schon, was sind, was sind die Cluster, die sich hier drin ergeben haben aus der Size von der Node. Ähm, und hier weiß ich dann, oh, ich könnte mal eigentlich jetzt mal hier so eine Map of Contents machen, so eine Übersicht quasi, von Learning. Ähm, ich habe hier ganz schön viel über Learning geschrieben. Das fällt mir gerade wirklich auch das erste Mal auf. Ähm, das heißt, ich könnte hier auf Learning draufklicken und sagen, oh, jetzt entsteht die Notiz und dann habe ich hier rechts alle Notizen, die mit Learning zu tun haben und dann sage ich einfach, ey, ähm, weiß ich nicht, ähm, machen wir jetzt erstmal einfach kurz so, ich schmeiße hier alle Sachen rauf, äh, die damit zu tun haben und dann organisiere ich die hier drauf und sage, ey, was bedeutet Learning überhaupt für mich? Ähm, was sind gute Quellen für mich? Ich weiß nicht, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt einfach nur so, nur so dahingesagt, aber, ähm, genau so wäre dann, wäre dann der Vorgang und genau das ist der Vorteil, ähm, den du hast, wenn du Links gegenüber von Tags benutzt, um so, ähm, ja, inhaltliche Kategorien und Cluster abzubilden. Du hast alles schon da, ähm, um dann weiter auf dieser Notiz aufzubauen. Zurück zur Übersicht. Lass uns mal schauen, was wir jetzt alles schon abgehakt haben, was wir besprochen haben und was noch aussteht. Also, wir haben über die drei Möglichkeiten der Organisation gesprochen, über Ordner, Links und Tags und wir haben darüber gesprochen, wie ich dir empfehlen würde, diese Möglichkeiten der Organisation zu benutzen und für dich, ja, in deinem Zettelkasten einzubinden. Ja, also müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, dann haben wir gerade nochmal spezifisch über Tags geredet und ich sage, ne, Tags, Status und Typ, jetzt gehe ich doch nochmal ein bisschen spezifischer drauf ein. Ähm, und du kannst Nested Tags benutzen und du kannst deine Tags in dem Plugin, ähm, Tags Pane, hier links in der Seite, exploren und, ähm, einsehen und so schnell, schnell darauf zugreifen. Okay, als nächstes sprechen wir über Metadata und danach kurz über Templates. Also, zurück in die andere, in den anderen Vault, zweites Gehören. Ähm, was ist Metadata? Dafür möchte ich kurz auf den Desktop gehen und wir können hier mal beispielsweise in den Ordner zweites Gehirn reinschauen und wir klicken mal rechtsklick auf die Datei Naval Revecant und kann ich das hier auch größer machen? Nee, tut mir leid. Naja, auf jeden Fall hat diese Datei Eigenschaften und zwar hat sie eine Location, wo diese Datei liegt, auf meiner Festplatte. Sie hat eine Größe, sie ist 158 Bytes groß und, ähm, hier steht noch, wann wurde diese Datei dann kreiert? Sie hat einen Titel und eine, einen Dateityp und es zeigt mir auch, wann habe ich sie denn das letzte Mal geöffnet? Wann habe ich sie das letzte Mal verändert? Und das sind alles Daten über diese Datei, die nicht wirklich die Datei widerspiegeln, also es hat nicht wirklich was jetzt direkt mit dem Inhalt zu tun, sondern es sind Metadaten. Sie sind einfach weitere Informationen über diese Notizen, die, ja, behind the scenes liegen, aber mit denen ich trotzdem arbeiten kann. Also, zurück in den Vault, zweites Gehören. Wir wollen auch hier für unsere Notizen Metadaten benutzen. Also, das heißt, ja, Daten, die nicht zwangsläufig, ähm, der Tag sind. Also, das haben wir auch schon die ganze Zeit gemacht. Also, du hast dir zum Beispiel gesagt, das ist der Typ permanent, das ist quasi genau das gleiche wie eine Dateiendung. Es ist eine Markdown-File und du sagst, hey, das ist eine Permanent-Notiz. Damit hast du schon mal Metainformationen über dem Inhalt hinaus bereitgestellt und abgespeichert. Du hast gesagt, was ist relevant? Das ist auch nicht wirklich, ähm, dieser, das ist, das ist auch einfach nur eine zusätzliche Information zu der eigentlichen Notiz. Wir haben Tags verwendet. Okay, eigentlich links, aber langsam, ähm, wird es hoffentlich klar. Und, das sind eigentlich schon die wichtigsten Metadaten, die wir abspeichern können. Also, ähm, diese Daten, über die wir gerade eben geredet haben, ähm, schreibe ich immer unter meine Notiz runter. Und jetzt lernst du noch mal ein neues Markdown-Element. Ich weiß gar nicht, ob es allgemein Markdown ist, aber es ist auf jeden Fall Obsidian Markdown, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn du drei Unterstriche schreibst, ähm, ich, ich, ähm, binde das mal kurz aus, sonst erzeugt er uns hier noch andere Linien. Wenn du drei Unterstriche schreibst, erzeugst du so einen visuellen Trenner, diese Trennlinie, die du hier gerade siehst. Ähm, und das gleiche würdest du kriegen, wenn du drei, ähm, huch, das machen wir wieder weg, äh, wenn du drei Sternchen schreibst, dann siehst du auch, das Ganze ist ausgegraut. Und, ähm, dann kriegst du auch so eine Stern, äh, so eine, so eine Trennlinie. Also, das heißt, ne, meistens schreibe ich meine Notiz, unten mache ich so eine Trennlinie hin und dann, ähm, will ich drei Sachen, ähm, festhalten. Ich will einmal sagen, was ist die Quelle, dann, was ist relevant und, ähm, gib mir die Tags. Also, äh, womit will ich das taggen? Ähm, genau, ich mache mal diese Überschriften weg. Also, das ist, wie ich das machen würde. Ähm, hier packen wir das hin, das Ganze packe ich immer als Liste darunter und, ähm, wir packen hier die Tags hin und die schreibe ich, die schreibe ich auch immer dann so in Komma getrennt. Aber wie du das Ganze letztendlich dann, ähm, gestaltest, sei dir überlassen. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, diese Sachen, ähm, diese drei Sachen zu unterscheiden. Quelle, welche Sachen sind relevant und was sind Tags? Und das sind, letztendlich sind das alles links. Aber es ist wichtig, ja, zu wissen, warum steht es gerade hier? Du musst mehr Informationen geben. Okay, hier haben wir jetzt leider keine Quelle. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir eine Buchnotiz zu dem Buch von, ähm, hell yeah, or no, ähm, sorry. Ähm, okay, jetzt tun wir einfach mal so, als hätten wir die Quelle hier. Ähm, genau, damit haben wir schon die drei wichtigsten Sachen der Metainformation abgedeckt. Und das versuche ich bei jeder Knowledge-Notiz, bei jeder Zettelkasten-Notiz abzudecken. Also bei, ähm, nur bei den permanenten Notizen. Bei den Literaturnotizen sieht dein Futter dann vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber bei meinen permanenten Notizen versuche ich immer festzulegen und zu sagen, ey, ähm, das ist die Quelle, das sind Sachen, die relevant sind und das sind Tags. Also, ne, das sind Sticker, die ich da raufpacke. Nur, dass es hier keine Sticker sind, sondern links. Naja. Ähm, also, nochmal zu relevant. Warum sollte ich relevant benutzen? Du hast ja in dem Zettelkasten-Guidelines gelernt, dass du, ähm, versuchst, jede, oder, dass du versuchst, relevante Notizen und Gedanken inline zu platzieren. Das heißt, wenn irgendwas relevant ist, solltest du das versuchen, ähm, hier drin, äh, hier drin zu erwähnen, damit du direkt Kontext gibst und sagst, ah, hier passt genau dieser Link, deshalb ist es relevant. Ähm, ähm, aber manchmal ist es halt auch einfach der Fall, dass es, ähm, ja, dass es, dass es nicht wirklich in diesen Textblock reinpasst oder es nur so entfernt relevant ist und du nicht extra jetzt einen Absatz dazu schreiben möchtest, um diesen Link hier drin zu integrieren. Und dafür ist hier unten diese Relevanz-Section, dass du trotzdem noch sagen kannst, oh, ich möchte aber eine Verlinkung dazwischen diesen beiden Notizen aufbauen, aber ich möchte sie nicht unbedingt inline packen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, versuch, versuch, wenn es geht, die Sachen inline zu packen. Äh, ich zeige dir gleich auch nochmal eine Notiz von mir. Ähm, genau, dann siehst du mal, wie, wie diese drei Sachen bei mir unten aussehen. Also, jetzt haben wir hier oben aber noch diesen Status. Und zwar haben wir in Obsidian noch etwas anderes für Meta-Informationen, und zwar eine weitere Markup-Language. Ähm, keine Angst, das ist noch einfacher als Markdown. Und um das Ganze anzuzeigen, also damit wir das Ganze benutzen können, müssen wir drei Bindestriche schreiben, drei Minusse, wie auch immer du sie nennen willst, ähm, und wir beenden das Ganze wieder mit drei Minussen. Und hierzwischen haben wir jetzt einen Bereich, in dem wir diese Markup-Language YAML benutzen können. Und dadurch können wir, so, man nennt das Key-Value-Pairs bestimmen. Und, ähm, ja, es gibt zum Beispiel so Schlagworte, ich will das an einem Beispiel kurz machen. Also, zum Beispiel können wir hier das Schlagwort Tags benutzen. Und wir können hier hinter jetzt einfach Tags schreiben. Und, ähm, ja, das Ganze hier, hier, ähm, achso, und das Ganze wird auch nicht mehr gerendert. Also, der Vorteil dabei ist, ähm, Obwohl da kein Hashtag dran ist oder gar nichts. Das ist einfach, weil es zwischen diesen Minussen liegt, ganz oben in der Pfeil. Ähm, das, das machst du auch bitte immer, wenn du, wenn du YAML benutzt, und wenn du dem, wenn du deiner Datei Metadata geben willst, mach das immer ganz oben im Head, Head deiner Datei. Und wie du siehst, kannst du hier, ähm, einen Tag erstellen. Du kannst auch einen Komma benutzen und noch einen anderen Tag reinpacken. Also, äh, machen wir mal Test 2 oder 23, ups, ähm, naja, und du siehst hier unten, der Tag wurde auch wieder erstellt. Also, das heißt, ähm, wenn wir das Ganze jetzt rendern, ähm, dann haben wir das Ganze hier oben in so einer Metadata, ähm, Block angezeigt. Und den ganzen können wir auch einklappen und wir können den auch mit Plugins, ähm, ausblenden. Also, dass er gar nicht angezeigt wird, weil das ist ja eigentlich nur diese Information hinten, ne, hinter der Datei. Das wollen wir eigentlich gar nicht angezeigt kriegen. Aber das ist ein Unterschied zu dem, wie Tags sonst hier dargestellt werden. Also, ähm, lass uns das Ganze mal wieder ausklappen. Und statt hier permanent direkt zu benutzen, sagen wir, ähm, hier einfach in den Tags permanent. Das ist die eine wichtige Funktion von YAML, die du dir merken solltest, dass du hier oben Tags definieren kannst. Ähm, du könntest natürlich auch hier unten einfach in den Futter schreiben Tags, ähm, und dann hier reinschreiben Permanent. Äh, ups, Permanent. Ähm, das wäre, das wäre genauso in Ordnung. Ähm, genau. Wie du das dann für dich machen willst, musst du selbst entscheiden. Aber ich denke, wir haben hier die Möglichkeit, das in Obsidian zu benutzen. Und dann, dann würde ich das auch, dann würde ich das auch einfach benutzen. Ähm, ähm, des Weiteren kannst du hier Aliases bestimmen. Und das sind Synonyme. Und wir haben im letzten Video schon mal, ähm, oder im dritten Part haben wir schon mal darüber geredet, wie wir so einen alternativen Namen auf der, ähm, auf der Datei vergeben. Also, das heißt, wenn ich hier zum Beispiel auf, ähm, die drei wichtigsten Fragen des Lebens verlinken möchte, mir der Name aber nicht passt, und ich denke, auch in diesem Zusammenhang sollte das lieber, ähm, YOLO heißen, ähm, dann kann ich das Ganze hier mit so einem Pipe-Character trennen und hier hinter den Anzeigenamen ändern. Und hier, ähm, siehst du jetzt, ach, hier wird jetzt YOLO angezeigt. Und wenn ich jetzt sage, ähm, wenn ich jetzt sowas häufiger möchte und ich wirklich ein Synonym, dazu vergeben möchte, dann kann ich hier richtig ein Alias vergeben, also ein Synonym. Und ich sage dann, ähm, keine Ahnung, ich bin leider gerade ziemlich unkreativ, aber wir nennen es dann einfach Helds. Okay? Helds. Naja. Und das ist jetzt wirklich eingetragen in Obsidian als fester anderer Name für diese Datei. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in die drei wichtigsten Fragen des Lebens, ähm, kannst du auch einfach direkt Helds reinschreiben und du siehst hier, ah, hier gibt es eine Datei, die heißt Helds, beziehungsweise, ne, das ist der Name, aber eigentlich ist diese Datei Held, yeah, und ich kann sie hier verlinken und dann wird sie automatisch direkt mit diesem Pipe-Character da reingelegt. Ähm, warum ist das jetzt so cool und warum, ähm, ist das viel besser, als Text zu benutzen? Warum ist das so cool? Also, ähm, lass uns noch mal kurz auf dieses Philosophie-Ding zurück. Also, wir erstellen hier mal eine neue Notiz, ähm, und die nennen wir mal spaßeshalber, äh, Philosophie. Ähm, und jetzt sehen wir es schon hier rechts. Oh, ähm, in hell yeah or no, wurde das schon mal erwähnt. Egal, dann, dann ziehen wir das hier schon mal direkt drauf, weil das hat ja irgendwie mit Philosophie zu tun. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, können wir hier oben jetzt auch noch, ähm, ähm, Metadata bestimmen und wir können hier Aliases vergeben. Und das heißt, ne, diese Philosophie-Notiz, hier schreiben wir gar nichts. Wir benutzen diese Notiz nur als Knotenpunkt, an die wir alle Notizen, die mit Philosophie zu tun haben, rankonekten können. Quasi wie ein Tag, nur besser. Und warum besser? Weil du Aliases benutzen kannst und das ist, das ist so advanced und du, ähm, du direkt aufbauend darauf, ähm, die Mock oder die, ähm, Map of Context basteln kannst. Ähm, und wir könnten jetzt hier entweder so ein Array benutzen und hier, ähm, mit Komma getrennt in diese Anführungsstreichen unsere verschiedenen Namen schreiben. Also zum Beispiel so Philo, Philosophie. Also das, das wäre regulär, das so zu schreiben. Ähm, oder wir packen das Ganze in eine Liste, was ich fast übersichtlicher finde. Das musst du auch für dich selber entscheiden. Ich mache auch nochmal ein einzelnes Video, wo ich nochmal genauer auf YAML eingehe, aber, ähm, das Ganze sprengt jetzt auch hier ein bisschen den Rahmen, wenn ich dir alles hiervon zeigen würde. Also, wir springen in die nächste Zeile, ähm, und rücken das mit zwei Leertasten ein. Ähm, ich schreibe das einfach kurz nochmal neu aus. Ähm, Philo und Philosophie. Und das hier oben machen wir weg. Ähm, genau, und hier könntest du jetzt noch ganz viele andere Aliases eintragen. Also, nochmal, diese Philosophie-Notiz ist einfach nur der Knotenpunkt, an die wir alle Philosophie, ähm, relevanten Notizen verlinken. Wir machen damit gerade noch gar nichts. Wir schreiben gar nicht über, wir schreiben gerade noch gar nichts über Philosophie, aber ich möchte diese Notizen sammeln. Das ist, als würde ich ein Hashtag Philo reinpacken, oder Philosophie, nur besser. Warum besser? Weil ich diese Aliases definieren kann. Und so kann ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier auf eine andere Notiz schreibe, ähm, Obsidian sagt mir, du hast in Nawal-Revacant über Philo geredet. Und das ist doch ein Synonym für die Philosophie-Notiz. Das ist bestimmt related hierzu. Guck doch nochmal rein. Ähm, genau, und so können wir jetzt hier sagen, ah, pack mir direkt hier den Link hin. Und wenn ich jetzt auf die Nawal-Revacant-Seite gehe, hat er mir direkt hier die Philosophie-Seite verlinkt. Und ich habe diese Verbindung aufgedeckt. Das heißt, ich kann einfach verschiedene Synonyme benutzen, die abdecken miteinander. Und so wirklich, ähm, wirklich die Cluster abdecken. Und, keine Ahnung, zum Beispiel, bei mir ist immer so ein Beispiel, in meinem richtigen Vault, ähm, für mich ist so, ähm, Self-Development und Personal-Development ist für mich ein Synonym. Und, ach, es hat mich so geärgert, dass ich, dass ich nicht in der Lage war, die beiden Notizen gleichzeitig zu vereinen. Und mit Aliases habe ich endlich die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist für mich einfach ein Synonym. Und ob ich jetzt auf diese Notiz Self-Development schreibe oder, ähm, Personal-Development, das ist beides eins. Genau. Ich hoffe, dir ist damit klar geworden, warum, ähm, warum ich, beziehungsweise Brian Jenks, ähm, lieber Links benutze, statt Tags, beziehungsweise Tags als Links benutze und Tags nur als Status. Wie gesagt, Tags auch mega cool, sollte man auch benutzen und sind auch super hilfreich, aber, ich benutze sie nicht für den eigentlichen Zweck, für den sie eigentlich gedacht sind. Lass mich mir dir mal eine Beispiel-Notiz zeigen, ähm, wie das Ganze dann bei mir in Action aussieht. Also, äh, ich wollte dir diese Notiz zeigen und da habe ich zum Beispiel hier oben auch. Ich habe hier oben, ähm, jammel. Lass uns das mal nach für nach durchsprechen. Also, ich habe hier jammel und ich habe Tags notiert und ich sage, hey, ähm, ähm, das ist ein Typ, eine Knowledge-Notiz und, ähm, die hat den Status, bla, bla, bla. Ähm, möchte ich noch nichts dafür verraten, zeige ich dir in einem anderen Video. Dann gibt es noch ein Alias dazu und zwar heißt die Notiz auch, ähm, Atomicity, wie spricht man das richtig aus? Ähm, Atomicity? Naja, schreib es in die Kommentare, wenn du es besser weißt, bin der Memo. Das geht leider nicht. Ähm, YouTube erstell das bitte. Also, dann haben wir hier einen Kommentar und hier habe ich zum Beispiel das Creation-Date hinterlegt und da solltest du dich, ja, kannst du dich auch schon drum kümmern, wenn du möchtest, aber da gehe ich auch in anderen Videos nochmal genauer ein, aber im Prinzip ist es einfach nur mein Tagebucheintrag für den Tag und alle Sachen, die ich an dem Tag mache, ähm, werden an diese Notiz verlinkt. Aber das Datum, weil du die Notiz erstellt hast, wird auch im Hintergrund abgespeichert. Also, du musst das nicht unbedingt so verlinken. Das wird auch mit Uhrzeit und Sekunde, wird halt einfach ein Timestamp hinterlassen. Genau, dann kommt hier der Text der Notiz und hier unten siehst du, hier unten habe ich, ähm, auch weitere Metadata hinterlassen und zwar habe ich einmal die References, das ist meine Quelle und hier sehe ich direkt, ah, wo habe ich den Gedanken her, von Andy Matushak, als ich seinen Blog, ne, das zeigt mir dieses W an, einen Web-Blog, ähm, über Evergreen Notes gelesen habe und hier, ähm, sind meine Notizen zu den Evergreen Notes und dann habe ich noch was Related und ich hätte das auch hier drin reinpacken können, aber ich wollte das nicht nur auf Evergreen Notes bezogen haben, also ich hätte, ja, ja, doch, wenn ich darüber nachdenke, hätte ich das auch, äh, hier drin durchaus unterbringen können, aber nichtsdestotrotz, habe ich es nicht untergebracht, aber ich sage trotzdem, ey, den Link will ich herstellen zwischen diesen beiden Dingen, ähm, und ich packe das in die Related Sachen und unten habe ich die Tags, das heißt, ich habe einmal, ne, das Ganze an Notetaking gelingt und, ähm, an dieses Konzept Atomicity, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, genau, also, so sieht das Ganze dann bei mir in Action aus, genau, zurück ins zweites Gehirn, ähm, das war es eigentlich schon mit Metadata, also, wie gesagt, da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen und auch ein paar coole Plugins, um dieses Metadata richtig für sich zu nutzen, und, ähm, genau, lasst uns mal in die Literaturnotiz hier, und hier können wir das auch mal ganz schnell einfügen, opala, das wollte ich nicht, ähm, also, wir packen das Ganze in YAML und sagen Tags, ähm, und kopieren das hier raus und sagen, hey, das ist der Tag Literatur dann, aber wir können nicht nur diese Tags benutzen oder Aliases, wir können hier alle Sachen benutzen, die wir wollen, also, wir könnten zum Beispiel auch sowas benutzen, aber das ist kein vordefiniertes Schlagwort von Obsidian, aber du könntest zum Beispiel auch schreiben Autor, ähm, und dann als String Eric Jorgensen, oder du könntest sagen, du könntest dem Buch auch ein Rating geben und sagen, hey, das war, das war eine 8 von 10, und dann kannst du, ähm, also, das ganze Prinzip läuft immer so aus, dass du hier ein Key hast, du sagst, ah, was ist das? Äh, das ist der Autor und der hat ein Value und zwar, das ist der Name des Autors oder du hast eine Kategorie Rating oder, äh, den Key Rating und, ähm, sagst dann, ah, das ist der Value, den ich diesem Rating gegeben habe und dann kannst du das mit anderen Plugins noch weiter exploren. Wie gesagt, das würde hier den Rahmen springen, ich wollte dir nur kurz sagen, dass du das Ganze benutzen kannst und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bei mir in meinem Vault, benutze, ähm, trage da zwar Sachen ein, hab aber mit diesen, ähm, alternativen Sachen noch nicht so viel angestellt, aber ich mach das Ganze schon mal provisorisch und das würde ich dir einfach auch mit ans Herz legen oder zumindest, ja, denk da mal drüber nach, ob du einfach provisorisch schon mal ein bisschen Metadata eintragen willst, weil, ähm, man damit coole Sachen machen kann, du kannst dann vielleicht Sachen besser durchsuchen und sagst, hey, ich möchte nur Notizen, die Autor so und so haben, Rating das und ein anderes Key Value darauf gesettet haben, also du kannst da so vernestete, ähm, Suchanfragen stellen zum Beispiel und dir die Sachen anders darstellen lassen und so, also es macht schon Sinn, die Sachen zu benutzen, ich möchte mich da auch in Zukunft ein bisschen mehr einarbeiten und, ja, ich halte dich einfach auf dem Laufenden, aber du kannst es einfach provisorisch schon mal für dich benutzen, also sagen wir, wenn du eh deine Bücher schreibst oder Buchnotizen schreibst und du eh für dich ein Rating festhältst, dann schreib's auf jeden Fall einfach hier oben, in die Metadata rein, ähm, anstatt irgendwie hier reinzuschreiben, das Buch war eine 8 von 10, ähm, das, das würde ich nicht machen, also so, weil du sowas machen wollen würdest, dann benutze lieber Metadata. Genau, das war zum Thema Metadata. Jetzt kommen wir zum letzten Part zu Templates und zwar, was sind Templates? Templates sind Vorlagen, das heißt, ne, jede Buchnotiz würde ich wahrscheinlich diese Metadata brauchen. jede Buchnotiz brauche ich, ähm, eine Headline, ähm, und bei jeder Notiz brauche ich, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, brauche ich bestimmte Sachen und damit man Sachen nicht immer wieder schreiben muss, können wir uns sogenannte Vorlagen anlegen, die wir dann ganz einfach benutzen können. ähm, dazu müssen wir nochmal ein weiteres Community Plugin, nicht Community Plugin, eine weitere, ähm, Obsidian-Erweiterung, ähm, einfügen und zwar, oder aktivieren, und zwar hier die Vorlagen. Das Ganze aktivieren wir mal und wenn wir dann weiter runter scrollen, hat sich hier ein neuer Reiter, eine neue Möglichkeit ergeben, Vorlagen. Also, hier können wir zum Beispiel einen Speicherort für unsere Vorlagen festlegen. Also, lass uns mal eben schnell einen Ordner erstellen, den ganzen nennen wir Vorlagen. ähm, und jetzt gebe ich hier in dieser, in, in dem, in den Einstellungen ein, dass meine Vorlagen in dem Ordner Vorlagen liegen. Und, ähm, genau. Also, es gibt auch noch ein anderes Plugin, falls du ein bisschen selber rumsuchst und andere YouTube-Videos schaust. Es gibt ein Plugin, das heißt Templater und das ist, das ist ein viel besseres Templates-Plugin als das eigene von Obsidian und das ist so unglaublich viel mehr in der Lage und ich habe das selbst noch gar nicht richtig, richtig begriffen, zu wie viel es wirklich in der Lage ist, aber da sprechen wir auch zum anderen Zeitpunkt. Also, das reicht jetzt für in diesem Beginnerkurs erst mal, ähm, ja, oder wir sprechen in der nächsten Folge bei Plugins noch mal ein bisschen genauer darüber. Aber, nächstes also trotz, erstelle erst mal einen Vorlagenordner und dann erstellen wir mal eine neue Notiz als Vorlage und das könnte zum Beispiel unsere, ähm, Literaturnotiz. Literaturnotiz. Ähm, und ich füge dir mal hier, kurz was ein, was ich vorgeschrieben habe und zwar, das wäre dann zum Beispiel unsere Vorlage. Das heißt, wir haben hier immer Metadata, es soll immer so aussehen, ähm, den soll automatisch dem, ähm, das Tag Literatur To-Do zugewiesen werden, es soll ein Autor voreingestellt sein, den ich hier eintragen kann und ein Rating, wo ich dann ganz easy mal ein Rating eintragen kann. Hier ist der Titel schon voreingetragen, wo ich dann einfach was reinschreiben kann. Dann ist ja schon, ähm, ein Unterkapitel, das Buch in drei Sätzen, das erinnert mich daran, dass ich das Buch noch mal kurz in drei Sätzen zusammenfassen wollte und Notizen. Also, nochmal auch, das ist das nicht das Notiz-Template, was ich selbst benutze, äh, das zeige ich dir auch zu einem anderen Zeitpunkt noch mal. Aber, äh, das gibt dir vielleicht schon mal so eine Idee und wenn du mal rumgoogelst, ähm, weiß ich nicht, ähm, Buch-Templates oder Reading-Notes-Templates, da wirst du auf jeden Fall einiges finden. Ähm, dann lass uns mal spaßeshalber diese Notiz einbinden. Also, wir haben ja vorhin Rich Dad Poor Dad, ähm, erstellt, die gibt's ja noch gar nicht, aber stell dir mal vor, wir würden das jetzt lesen. Ah, hier links in der Seite kannst du eine Vorlage einfügen. Also, das heißt, in dem Moment, oh, hier finden wir noch gar nichts, wir haben ja vorhin diese Vorlage erstellt. Wir haben diese, äh, Vorlage Literatur-Notiz erstellt. Und, ähm, die ist jetzt hier einfach in einem ganz normalen Reiter und wir müssen die noch einmal ziehen und hier oben in Vorlagen reinpacken, weil wir ja vorhin in den Einstellungen gesagt haben, hey, unsere Vorlagen, die befinden sich hier im Speicherort Vorlagen. Und, ähm, wenn wir jetzt hier links auf diesen Button klicken Vorlagen einfügen, ähm, dann öffnet sich automatisch diese Vorlage der Literatur-Notiz. Und jetzt ist hier automatisch diese Vorlage reingeflogen, weil es nur eine Vorlage da drin gibt. Wenn du mehrere Vorlagen gehabt hättest, dann hättest du die noch aussuchen können. Also, ich denke, es ist klar, warum es super hilfreich ist. Es spart dir einfach super viel Zeit. Ähm, du kannst hier direkt einfach dein Buch-Template reinpacken und ich finde auch so eine leere Seite, wenn du jetzt, ne, sagen wir mal, du fängst ein neues Buch an, machst eine leere Notizseite auf, das ist, ähm, intimidating. Das ist, das macht deinen Angst. Oh, so viel leerer Space und noch gar nichts geschrieben. Und wenn du erstmal dein Template hier reinpackst, dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Dann denkt man, ach ja, die gewohnte Struktur, es sieht alles schon mal ein bisschen gefüllt aus. Ich kann hier direkt Sachen reinschreiben, ich packe den Titel rein, zack, und das Ganze sieht schon mal aus wie, wie eine schöne, äh, Literaturnotiz. Ähm, genau. Als Faustregel, immer wenn du Sachen einfach häufiger schreibst, also das muss nicht unbedingt ein Template für die ganze Seite sein. Du kannst auch einfach, ja, wenn du einen Satz immer häufig schreibst oder einen Codeblock oder was auch immer, alles, was du häufig schreibst und was du nicht jedes Mal ausschreiben willst, ähm, kannst du in einem Template erstellen. Also wir können ja auch noch mal kurz ein zweites Template erstellen und das nennen wir Futter. Ähm, und in Futter packen wir das rein, was wir hier unten, wo haben wir das benutzt? In Hell, Yeah, und No. Ähm, gehen wir mal in die Notiz Futter ähm, und packen diese ganzen Sachen raus und sagen, hey, ich will ein Template, ich will das nicht jedes Mal und ich will mir gar nicht merken, ne, du denkst jetzt auch, wenn man das noch nicht häufig gehört hat, denkt man auch, was waren noch mal diese drei Sachen, die ich da drunter schreibe, Quelle und so hast du das Ganze nicht mehr. Du machst ein Template, ähm, und packst das in die Vorlagenordner oder Templateordner und wenn du dann zum Beispiel auf der Notiz die drei wichtigsten Fragen des Lebens bist und du das Ganze, hier oben ist die Meta-Late natürlich noch nicht eingefügt, aber und du hier ans Ende kommst und, ach, guck mal, hier haben wir schon mal eine andere Quelle eingefügt, ähm, dann könntest du hier unten jetzt einfach dieses Template einfügen. Wir klicken hier links wieder auf den Button Template einfügen und jetzt kannst du hier aussuchen, welche Template-Notiz du benutzen möchtest und wir wollen hier den Futter einfügen und zack, fliegt hier der Futter rein und wir können diese Quelle nehmen, die hier einfügen und, ähm, fertig ist der Futter und wir sparen uns richtig viel Zeit. Also, Templates sind mega cool, benutzt Templates und gewöhne dich da dran. Okay, das war's für heute. Ähm, wir haben über die Möglichkeiten der Organisation gesprochen, warum ich was für welches benutze und, ähm, dann haben wir über Tags gesprochen, ähm, Tags benutze ich hauptsächlich für Status und Typ, was sind Nested Tags, wir haben das Tags Pane eingeschaltet, das hier links in die Leiste gezogen. Ähm, wir haben über Metadata gesprochen, über so extra Informationen, wir haben geschaut, was ist YAML, wie können wir Aliases vergeben, wie können wir Tags oben in dieser Metadata vergeben und was sind die drei wichtigsten Quellen, Related, beziehungsweise Relevant und, ähm, Tags. Und Tags sind keine Tags, sondern Tags sind hier links. Und ich hoffe, du hast verstanden, warum ich das mache und, ähm, ja, kannst für dich entscheiden, ob du das auch machen willst oder ob du trotzdem lieber einfach die Tags benutzen möchtest. Und du hast gelernt, was Templates sind und, ja, wie du das Ganze für dich benutzen kannst. Ich hoffe, dir hat's gefallen und, ja, bis zum nächsten Video.